Hallo meine Lieben, ja es ist soweit. Ich hatte euch ja gesagt, wenn die neue Stickpackung zur Verfügung steht, zu dem Secret Stitch Along 2022, dass ich euch informiere, denn ich habe mir mein Kitz schon gesichert und ich weiß aus Erfahrung, klar wird es jetzt eine ganze Weile geben, aber ich hatte das große Glück, dass ich das bei Casa Senina damals noch bekommen hatte und einige Läden, es war schon ausverkauft, also ich weiß gar nicht, ob die ein Limit haben, aber ich denke mir, ich gebe euch jetzt schon mal Bescheid, da könnt ihr dann in alle Ruhe schauen. Das Kit, wie gesagt, mit den Fäden und dem Stoff könnt ihr jetzt schon kaufen, das wird dann, ich weiß nicht, meistens im Februar erst rausgeschickt oder so, aber man kann es halt schon reservieren, das zeige ich euch gleich. Und dann gibt es hier diese Seite, die ist aber auch nachher nochmal ein bisschen anders beschrieben und dann kann man sich hier anmelden in 23 Tagen und so weiter. Ich hatte es damals gleich, als das abgelaufen ist am ersten Tag, da war der Server überlastet, also ihr könnt auch noch einen Tag später oder zum Nachmittag oder so. Hier steht auch nochmal alles drin, wie das Ganze vonstatten geht, was ich sehr schön finde, also man kann sich ab 4. Februar registrieren, ab 4. März geht das erst los. Ja, also ab 4. März bekommt man seine erste PDF-Datei und dann kann man das auch in der Facebook-Gruppe bekommen, also entweder da oder da oder beides und wichtig ist, dass man wirklich in der Facebook-Gruppe drin ist, weil ich finde das immer sehr schön, das habe ich auch diesmal. Ich hatte auch eine Frage zu einem Thema und die sind, wie überall in den Facebook-Gruppen, eigentlich wahnsinnig lieb und nett und helfen einem. So, das ist erstmal das Ganze. Dann gibt es verschiedene Shops, die das anbieten. In Deutschland ist es Maruschia-Shop, da habe ich es aber noch nicht gesehen und ein Shop, der heißt Handarbeiten Erzgebirge oder so ähnlich. Aber da ist das nicht im Angebot, da ist es halt zu dem Originalpreis. Und ich, ihr kennt mich ja, ich liebe ja Casa Senina aus Italien. Ich liebe das einfach und ja, da ist es auch wieder dabei. Wie gesagt, hier habe ich es auch mir jetzt reservieren lassen heute. Ja, hier steht das auch wirklich alles nochmal beschrieben. Möchten Sie daran teilnehmen? Ganz einfach, reservieren Sie das Kit, ja, und registrieren Sie sich dann ab 4. Februar. Also vorher kann man sich nicht registrieren. Entweder auf dieser Webseite oder von Verwako. Ich werde Verwako in die Infobox packen, aber ihr könnt natürlich auch hier draufklicken. Das bleibt ja bestehen. So, und dann, was ich diesmal schön finde, das hatte ich, glaube ich, im Winter gar nicht so mitbekommen. Man kann aussuchen. Man kann einmal den Bausatz, also wie sagt die Garne und den Stoff, einmal mit 14 CT weißen AIDA reservieren. Oder mit 27 Count, ja, weißem Etamin, Etamin, Etamin. Ich weiß immer nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, also wer jetzt sagt, er kann auf so eine kleinen Sachen nicht dicken, kann auch sich das 14 Count nehmen. Ja, dann kann man hier draufklicken, möchte ich jetzt nicht. Ich hatte vorhin schon versucht, da muss ich das ganze Video nochmal neu machen, weil meine Anschrift drauf war. Das lasse ich dann mal lieber. Weil so firm bin ich noch nicht, dass ich hier irgendwas abdecken kann. Also was ich aber sehr schön finde, dass das diesmal über 16 Wochen geht. Mein Winterbild sind ja 10 Wochen. Und ja, das sind dann 16 Wochen Wahnsinn. Also es geht dann bis Mitte Juni. Und das Ganze, wie gesagt, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Das ist dann mit Blumen, ich nehme mal an Rosen oder kann ich jetzt gar nicht sagen. Und jedes Jahr kann ein anderer Designer seine Vorlage vorstellen. Und in diesem Jahr ist es eine Marjolin Bastin oder Bastin. Ich weiß also jetzt auch nicht, wo sie herkommt. Aber das ist jetzt hier die Designerin, die für dieses, für diese Vorlage hier, oder die es entworfen hat. So rum, die es entworfen hat. Ja, also das sollte bloß nochmal kurz das Video dazu sein. Vielleicht hat ein oder der andere Lust. Wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze und dann könnt ihr euch ja überlegen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr, ja, hier in meinen Kommentaren mal reinschreibt, ob ihr auch daran teilnehmen möchtet. Auch wenn es etwas später sein wird. Man muss natürlich auch gucken, es ist alles ein bisschen preisintensiv. Ja, die DMC-Gerne, klar, die Kosten wisst ihr ja selber und der Stoff auch. Und ja, dann danke ich euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann lasst uns starten.